Passspiel, die bewegen sich sehr gut, sind sehr aktiv und bieten sich gegenseitig unheimlich viel an. Es ist sehr schwer zu verteidigen, sind sehr selbstbewusst und passsicher. Das sah schon sehr gut aus und da haben sie schnell das Spiel gelegt. Gleich ist es dann wieder Kagawa, Dembélé mit der Vorarbeit. Fast schlecht angenommen und nur noch gut verwandelt.